Ja, aber ich weiß, Anna-Sophia ist gerade aufgewacht und gähnt und gähnt und streckt sich und reckt sich die Kleine und ist ganz schön, ich bin gerade mit Papi da, ich hoffe das ist hier nicht zu viel Licht jetzt, aber sie ist so süß und streckt sich und reckt sich, nein, das ist glaube ich zu viel Licht, das mache ich hier lieber wieder dunkel ein bisschen. Das ist schöner für sie, ja, hast du recht, du arme kleine, ne? Achso, hat sie auch so was, eine kleine Sonde? Jetzt, ich glaube sie wartet auf Mami, damit sie gleich kommt. Auf dem Fuß hat sie auch eine Annäherungs-Sonde? Ja, am Fuß hat sie, da wird es gemessen. Achso. Jetzt und, da guckt sie ganz groß und macht die Aueklein, die wunderschönen Aueklein auf. Papi meint übrigens die sein Blau. Die Schwester sagt, man kann das noch lange nicht wissen und ich glaube auch, das muss man noch ganz schön abwarten. Auf jeden Fall sind sie wunderschön. Unglaubliches Medenspiel. Auf jeden Fall sind sie wunder, 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 wunderschön. Und gleich, weil sie hat ganz großen Hunger, kommt die Mami runter. Und wenn die Mami runter kommt, dann gibt es was Gutes. Jetzt wird gewickelt? Okay. Aber machen sie erst fertig. Okay. Und jetzt wird die Anna-Sophia gewickelt.